Was ist die Vorfreude? Der Partner ist Fürst Rohan, Pico wird er genannt. Mag der die Holstenhain? Ja, er mag sie sehr gerne, weil er sehr groß ist und er liebt sowas. Dann kann er sich immer zeigen und wo andere Pferde sich eher zusammenziehen und Angst haben, blüht er gerade richtig auf. Also Pico ist ein kleiner Angeber, könnte man so sagen. Wenn du einen Tipp geben solltest, was man sich unbedingt in Neumünster bei den VW Classics angucken muss, was wäre das dann? Eigentlich der ganze Sonntag, also der ist immer spannend mit dem World Cup und dem großen Springen. Und vielleicht einfach an den anderen Tagen auch mal, wo die Ausstellung ein bisschen freier ist, kann man da besser shoppen anstatt am Sonntag, weil es so voll ist. Und ja. Ja, vielen Dank. Dann haben wir einen Shopping-Tipp. Danke, Franziska Schwiebert. Vielen Dank.